VestaFlex präsentiert eine Lösung für alle. Der schnelle und kinderleichte Weg von der ersten Planung bis zum fertigen Angebot. Alle benötigten Tools finden Sie zum kostenfreien Download auf unserer Internetseite www.vestaflex.de. Los geht's mit Sweet Home 3D, dem Einrichtungsplaner. Noch nie war es so einfach, sein Gebäude zu beplanen und gleichzeitig fotorealistisch darzustellen. Starten Sie den Library Furniture Adapter. Er ist Bestandteil der Sweet Home 3D-Applikation. Für die einfache Verwendung der VestaFlex-Produkte in Ihrem Gebäude existieren vorgefertigte Bibliotheken, sogenannte Furniture Libraries. Diese beinhalten alle benötigten Artikel in den richtigen Dimensionen und allen Ausrichtungen. Neue Artikel können bestehenden Bibliotheken problemlos hinzugefügt werden. Über die Importfunktion des Library Editors laden Sie ganz einfach neue 3D-Modelle in die Bibliothek. Ändern Sie bei Bedarf die Parameter oder Ausrichtung des Objektes und wählen Sie die passende Kategorie in Ihrer Landessprache. Die Bibliotheken aller verfügbaren Hersteller können Sie im Editor öffnen und bearbeiten. Auf die Bearbeitung folgt der Import in die Sweet Home 3D-Möbelbibliothek. Laden Sie alle benötigten Bibliotheken nacheinander in Ihr Projekt. Nach dem Import steht Ihnen die gesamte Produktpalette im Möbelkatalog zur sofortigen Nutzung zur Verfügung. Hatten Sie bereits ein Gebäudeprojekt in Sweet Home 3D erstellt, laden Sie die Datei über das Öffnen. Aus der Möbelbibliothek können Sie nun die benötigten Teile in Ihre Planung integrieren. Um einzelne Funktionen der Installation hervorzuheben oder die Positionierung zu ändern, wechseln Sie einfach über das Kontextmenü Mobiliar ändern eines Bauteils zu seinen Eigenschaften. Ändern Sie dort die Höhe über Boden, die Farbe oder den Glanzgrad, um Ihren Bauteilen den letzten Schliff zu geben. Haben Sie Ihr System vollständig aufgebaut, erstellen Sie mit wenigen Klicks ein anschauliches Foto Ihrer geplanten Installation. Jedes Ihrer verbauten Objekte wird übrigens in der Teileliste von Sweet Home 3D erfasst. Unsere kostenfreie Wendplan-Applikation ermöglicht nun den direkten Zugriff auf die Teileliste Ihres Sweet Home 3D-Projektes und übernimmt alle wesentlichen Artikel für die anschließende Planung und Angebotserstellung. Erstellen Sie schnell und einfach komplexe Auslegungsszenarien und Angebote. Wendplan ermöglicht die Erfassung sämtlicher Lüftungsparameter und übernimmt automatisch Raumdaten und Teilelisten aus Sweet Home 3D. Ein Knopfdruck genügt und Wendplan übergibt die Kalkulation druckfertig als Angebot an Ihr kostenfreies Office-Programm. Die Kombinationen aus Sweet Home 3D, Wendplan und Open Office bietet einen nie dagewesenen Komfort von der ersten Skizze bis zum Angebot. Sparen Sie viel Zeit bei Ihrer nächsten DHC-Planung, ohne dabei Ihr Budget zu belassen. Sparen Sie viel Zeit bei der ersten Skizze bis zum Angebot.